Kommen wir nun zu einem wirklich wichtigen Thema, was uns auch alle betrifft. Der englische Club Norwich FC hat unter der Woche zum Mental Health Day ein Video produziert, was nochmal auf die Krankheit Depression aufmerksam machen soll. Über 50 Millionen Menschen hat der englische Club damit erreicht und auch ich will euch dieses Video nicht vorenthalten. Oh wow, how are you doing? Are you good? Oh, sorry, thank you. How are you doing? God, it's exciting, isn't it? Oh, sorry, thank you.